Egal, ich versuche jetzt die Rathian. Darf ich mich ja nur nicht so treffen lassen. So rein. Ich finde, ich kenne die Rathian. Aber das schaffen wir es schon. Grinden kann man später immer noch. Und los. Die feurige Königin. Die feurige Königin. Die feurige Königin. Die feurige Königin. Das ist das Wasser. Königin des Landes, die Rathjan. Sehr gut, ich habe eine Blitzbombe bekommen. Und da ist noch ein Kuloyaku, den könnte man vielleicht dann auch noch mitnehmen. Aber ich will hier nicht zu positiv rangehen, weil die Rathjan, wie gesagt, ist doch schon eine andere Hausnummer. Euch brauche ich auch, kommt her. Auch keine Wurstfleisch, ich brauche warmen Pelz. Oder gebt ihr mir keinen warmen Pelz mehr? So, ich brauche einen warmen Pelz. Sehr schön, das hat schon mal geklappt. Und Pukei Pukei ist jetzt auch noch hier aufgetaucht. Nein, das wollte ich nicht. Ich will gleich mal einen Trank geworfen. Wo renne ich hier überhaupt lang? Dort kommen wir gehen. Gut, dann bin ich hier lang und dann dort links. Und da vorne müsste sie schon sein. Na ja, da ist sie schon. Hallo? Kaufen wir auf den Kuloyaku. Ich zeigte dir. Ich zeigte dir, wie man рук ist das. Ich zeigte dir. Ich zeigte dir. Ich sie schon. Das hat sich stimmt. Das war's! Ich wusste, dass ich auf dich kann. Ja, ja, gleich. So, zweimal Panzer und eine Schuppe von der Rathian, das ist schon mal sehr schön. Kennen wir uns hier vorne die Vitalwespe. Jetzt gehen wir ihr hinterher. So, wo renne ich hier eigentlich lang? Kann mir denn mal jemand sagen, dass ich hier falsch schlaufe? Aber gab es hier eine Gebieterweiterung oder warum es ... Ah ne, die Sandebene war ich ja nur einmal gegen den Barot. Hier war ich ja wirklich noch nicht. Hier hat die Ratte, Ratte. Die ist echt zu groß, ich kann den Schweif nur angreifen, wenn sie am Boden liegt oder so. Ja, super. So, ja, ganz großer Feuerball, ne? Shit. Oh, ich habe noch ein paar Gegendifte dabei, sehr schön. Haha. Haha. Oh. Wohl. Ja, da war ich jetzt. Ist ja das. Genau. Ich denke, es war ... Ich denke, es war ... das darf doch nicht wahr sein also die delex hier ne dieser weg eigentlich immer noch vergiftet ja ja hau mal ab wenn ihr mir hier weiter auf den keks gehen wollt ne wo ich immer angst hab bei solchen gebieten äh dass ein diablos hier noch auftaucht sag mal lord hast du keinen bock oder was weiter geht's noch mal was rein in die rüstung so weiter geht's das gibt's doch bald nicht mehr wir sehen der feuer atem für dich ist das nur das zweitschlimmste einer radjahren das gift ist deutlich nerviger jetzt gibt's ja ordentlich geschnetzel oder sie redet zuerst mal über den haufen so drauf auf den schweif ich würde ein schweif haben die mir schweif geht doch geht doch jetzt ist ne Ich habe gerade hier einen Stachel. Den Delex nehmen wir uns ja auch noch mit. Und der Ende rein. Ja komm, was soll's? Schnell einen Megatrank rein. So, Lord, wir gehen. So, wenn wir hier links gehen, kommen wir in das falsche Gebiet, weil sie gerade abhaut. Aber läuft doch gerade so ein bisschen. Oh, der Pukei Pukei kommt da hin. Aber das ist gut, den können wir dann nutzen. Hat sie uns jetzt getrollt und ist gar nicht da hin? Oder ich habe auf den Pukei Pukei geachtet und deswegen. Ja, okay. Saftige Rotbeere. Hey, Ratti! Hey, Ratti! Der Kuroyaku da hinten haut ab. Loll, vergiften kann sie immer noch? Ja, okay. ja ja alde shit naja machen wir deine rolle rückwärts langsam bringt er das nix mehr ratchian ja was hat sie denn jetzt, was hat Nami denn da gemacht, das ist jetzt nur der Schattdoppelgänger oder was? holz versteckt oh gott ihr weiter war das war jetzt unter euch aus ja, sie hat Ratschan reiten zurück nach Ratschan Leute, du bist jetzt auch noch hier? Das ist normal. Du kriegst Gift, unberettener Rächer, hinterher. Oh, drauf. Oh ja, das ist aber schon ganz schön. Oh lord, lass uns mal weiter. Aber wisst ihr was? Ich geh jetzt erstmal dem Kuluyaku hinterher und hol mir den. Ja. Oh da. Von euch will ich nichts, ihr habt Glück. Mit den da. Den scheiß schmeißt du da gleich wieder hin. Ja, komm her! Ja, komm her! Ja, komm her! Oh wow! Ja, komm her. Ja, komm her. Oh wow! Schmeiß weg den ihr kraften Kackstein. Ich hole mir mal kurz die Vitalwespe da vorne. Bist du jetzt sauer? Jetzt haben wir ihn speziell. Aua! Da müssen wir doch noch weiter kämpfen. Ich dachte, wir wollen uns abhauen. So, nun geh mal langsam hops hier. So, scheiben wir mal Ganghöhe und weiter geht's. Aua! So, weiter drauf! Aua! Ja, nun geh mal hops hier, damit ich nicht looten kann. Hallo, ich will weiter looten. Und dann kann ich mir danach die Ratschan holen. So. Ne, nochmal zurück. Genau, ich wusste jetzt so nicht, wo die Materialien sind, die er da doch liegen gelassen hat. Mitnehmen. Auch mitnehmen eine Prachtfeder. Hä? Ne, da ist der Pukei Pukei. Da müssen wir aber die Ratschan haben. Ich meine, für den Pukei Pukei wäre eigentlich auch noch Zeit, aber... Und den geht's mir hier gerade nicht. GUTEN MORGEN! GUTEN MORGEN! Okay, damals ist sie da beinahe hingefallen. Oder sind sie auch nicht ausgeschlafen? Wie sie auf einmal doch rennen kann. Lord, komm, wir gehen hinterher. Oh, aber da ist doch was zum abbauen. Sie haben hier was verloren? Nö, ne? Abbauzeit! Mal nach Eat-Ads. Wird gern genommen. Na mal noch einen Trank rein. Was frisst du da? Auf damit! Wenn ich nichts essen darf, sagst du auch nicht. Hey, auch nicht mich fressen. Ich finde das heftig, dass ihr damit immer noch vergiften kann. Ja, ja, du bist groß und böse. Ja, ja, du bist groß und böse. Oh, Gott sei Dank. Oh, arme kleine Radjahn. Wenn du mich jetzt über den Haufen rennst, du blödes Vieh, ne? Du blöder Kessodon. Ich mach dich fertig. Wolltest du mich gerade über den Haufen rennen? Hä? Habe ich dir nicht was gesagt? Oh, es ist kein Heimkästodon. Es ist ein Redo-Plus. Oh, es ist kein Heimkästodon. Es ist ein Redo-Plus. Ich bin fertig. Weiß es tot. Bis zum nächsten Mal.